Ja, guck mal. Schwarz auf der einen, Weiß auf der anderen Seite. Alexander Hille, ja komm, den lassen wir los. Komm, schnell. Hast du den Blick gesehen? Hast du den Blick gesehen? Den da. Wo ist er? Köln-Ossendorf, MMC. Er war so richtig im Tunnel, oder? Ja, wie gesagt, die wissen längst, Speed-Parcours. Du musst unter zwei Minuten hier durch, um eine sehr gute Chance zu haben, ins Finale zu kommen. Super. Ja, er kommt vom Klettern. Es ist eine sehr griff- und kletterlastige Geschichte, dieser Speed-Parcours. Er geht dann nachher auch wieder hin tatsächlich, ne? Wohin? Zum Klettern. Hast du ja gesagt, er kommt vom Klettern. Hätte auch sein können, dass er vom Down-Hille kommt. Ja, und dem traue ich natürlich den ganzen Weg zu. Der hat hier schon abgeliefert. Und geht jetzt bei einer Minute da an den nächsten Wirbel. Ist aber verhältnismäßig... Na, nicht langsam. Kontrolliert da unterwegs, und das heißt natürlich auch ein bisschen langsamer. Wo landet er, wenn er das jetzt hier schafft? Ja, diese zwei Minuten, ne? Die wird er... ...ungefähr erreichen können. Ja, jetzt hat er nur noch den Kamin mit den Klappen vor sich. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, guck mal ins Gesicht. Der kämpft. Geht da im Vergleich zu anderen auch relativ langsam hoch. Ja, auch die beiden letzten Klappen kriegt er hin. Und dann ist er am Buzzer. Ja, werden vielleicht auch genau diese zwei Minuten... Ja, zwei Minuten 71. Wo landet er? Nur auf 22. Machst du an. Hallo, ich bin YouTube. Hallo, ich bin... Wo sind wir denn noch? RTL Plus! RTL Plus gibt es uns auch ganze Staffel. Ja, und Ausschnitte bei YouTube. Also hier klicken und da klicken. Also du bist YouTube und ich bin RTL Plus. Ja. Und das hier ist Ninja Warrior Germany. So sieht es aus.